Die alte Hexe hat dem Schneewittchen einen Apfel gebracht. Der Apfel ist rot und lecker, hat Schneewittchen gedacht. Aber sie hat die Frau schon von früher gekannt. Der Spiegel hat sie die schönste im Land genannt. Später sind die Zwerge nach Hause gerannt? Was ist los? Das haben sie nicht gewusst. Am Ende hat der Prinz Schneewittchen geküsst. Später sind die Zwerge nach Hause gerannt. Später sind die Zwerge nach Hause gerannt. Später sind die Zwerge nach Hause gerannt. Später sind die Zwerge nach Hause gerannt.